So, weiter geht's. Wie ich einfach mal ohne Fraps 60 Frames habe und mit Fraps 30 Frames. Ich meine, es ist immer noch ein flüssiges Bild, aber interessant ist es schon. Lakitos Yamatai. Toll, erst gibt's Bread to the Wine, to the Boohoo. Und jetzt gibt's auch noch ein Yamatai. Das ist doch auch Absicht. Au, völlig unmöglich, wie soll ich mich daran gepiekt haben? Wow. Wow, 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 wow. Nob. Meins. Meins. Meins, alles ist mir sein. Tschüss Lakito. Ey, auch ein Yamatai. Das kann doch nicht... Ach, deswegen ist das Yamatai. Weil immer jammernd da in die Tiefe stürzt. Vergiss es, ey. Oh Gott. Das war jetzt Zufall. Da ist was Zufall. Wir trauen dir auch nicht so viel zu, NTF. Äh, 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 äh. Aber das noch, guck mal, und das und drüber. Ich liebe dieses Level, das gefällt mir richtig gut. Weil es ja so einfach ist, was ich schon lachen muss. Und das ist ziemlich selten bei mir. Wuhu. Meins, 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 meins. Wooh. Das ist eine rote Münze. Ah, ich wollte gerade springen. Was bist du denn, ey? Ah, wo wurde er? Noch mehr Sterne, sag mal. Mann, Sternengärze sind diesmal ja gar nicht. Okay, dann brauchst du stampen, wär extrem bescheuert. Beim ersten Mal hab ich's aber gemacht. Ich weiß das noch genau, wie ich nochmals runterfiel und dachte, so ein Scheiß in mir. Wuhu. Oh Mann, ich bin noch mal ne Blume oder so. Uns haben Abwechslung. Okay, oh nein. Nein, 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 nein. Das ist nicht das sein, was ich denke. Das ist nicht das, was ich denke. Das ist... Oh nein. Ich hasse es. Ich bin ein Zug. Boah, aber also bei der Idee haben sie echt einen Zug zu viel gehabt. Und gehabt damals. Ei, 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 ei. Eins, zwei, drei, vier. Yikes. Sogar nichts man schnell machen kann. Oh, dass ich es nie geschafft hab. Das sind ja alles keine roten Münzen hier. Wahoo. Oh, was Neues. Ich wollte da nach links, das ist doch anscheinend so was stehen. Also irgendwie diese Musik animiert zum Mitsingen. Finde ich ja nicht der einzige, der gerade an Hugo denken muss. Klopf, klopf. Ja, da war ja wohl nichts, hä. Ah, Blume. Badadabudi-Bars. Das sieht nicht nach roten Münzen raus. Ich probiere es trotzdem aus. Nicht, dass ich hier etwas Wichtiges verpasse. Was? Wow. Strich mich in Shy Guys. Das kann ja kein Shy Guys sein. Die können mir auch nicht zuhören. Müssen das Mutig Guys sein. Brave Guys. Extrovertiert Guys. Koma-Punks. Dankeschön. Und, hab. Eieieiei. Okay, also wenn man weiß, dass der Zug beschleunigen kann, ist er nur halb so schwer. Ich bin hier hoch und suche jetzt den Weg. Ist hier nichts? Oh ne. Nein, nein, nein! Oh, go, go! Oh mein Gott, Yoshi get crumbled by the stone! Ah! Und was sehen meine entzündeten Augen? All Salmon Korn! Zum Geschnapp, wenn er wieder durchhackt. Okay, Blumen ist glücklich, ist hier oben. Ah, so, so, so. Noch mehr Sterne, Mann. Oh, cool. Oh, so ne Scheiße. Na gut, kann man nichts machen. Oh, scheiße. Der rote Münze war jetzt mir im Augenblick wichtiger. Tschüss Lakito! Da ist keine drin. Man weiß ja nie. Oh, Sterne, Sterne, Sterne. Ich hätte gerne mal ne Blume oder so. Ah, ne Blume! Dankeschön! Nein! Ihr wisst, was ich meine! Nein! Komm wieder her! Ja! Oh mein Gott, ich hab ihn doch erwischt! Was? Fass es ja gar nicht! Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Was bist du denn für einer? Ach, noch mehr Sterne, sag mal. Mit wie vielen Treffern richtet ihr hier eigentlich? Lass mich raten, ein Stern. Na gut, ein Leben. Oh! So, was haben wir da schon? Blume! Na gut, ein Leben. Das ist ja schon fast wie ne Blume. Hey, der lernt das auch nicht, oder? Ah, nochmal rote Münzen. Sehr schön! Wuppi Goldberg! Hey, Shokoyoshi! Yippie! Bonus-Game! Für Diyoshi! Der Wettibu... Boah, das hat aber lang gedauert, oder? Neun Minuten. Perfekt! Perfekt! Super! Auf den Koma-Punkt, genau! Glückskarte! Decke eine der Karten auf! Blablabla, je mehr Glück du hast! Ich glaube ans Herz der Karten! Und schieße auf den rechts oben! Juhu! Ich habe eine Wolke bekommen! Whatever it... Oh. Hm. Gut, die Eier hätten mir auch nicht wehgetan, sag ich's mal so. 100%. Oh, nicht schon wieder eine Höhle. Was habt ihr bloß mit Höhlen? Seid ihr doch richtig drauf stolz, oder wat? Höhlen-Chaos! Höhlen-Chaos! Nein! Scheiß drauf! Nein, 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 nein! Aha! Meins und... Meins! In der Wagen hoffen nur, dass Ogen keine rote Münze war. Mach ich das hier einfach erstmal weiter. Boah, haha, ganz knapp! Aha! Ihr seid ja Schwuchteln! Schwuchtel-Leggie-Scheigyes! So, sicher nicht. Sag es gleich. Ich glaub, das war's ja in den Leitungen, oder? Segrems ruhig, jumpen, jumpen, Schädelbruch! Sehr schön. yh, an der Turbo-Eck bitte! Super! 39 leben! Baronz! Sterne! Ja, gut, Juhu... I love stars! I love Unicorns! Wie gut, dass es abgepasst ist. Ey, es wird 40 Leben. Das ist doch krass. Ey, das ist so krass, ey. Das ist Ultra-Boy, ey. Ich geh mir aber einfach nicht zu der Generation! Diese, ey, dicker Sprache. Wowohoho, okay, in der Wolke war eine Tür. Das heißt, wenn ich jetzt ein Hühner einnehmen und in den Himmel schmeiße, fällt mir die Tür auf den Kopf. Klatsch! Oh. Ba-bubu-ada-ba-da... Ba-bada-bada-ba-da-ே... Oh. Geildes Geräusch. Dankeschön! I take the flower and your wife and you are got nothing but... Äh, Verdauungshafte. Woh! Scheiß laufende Kanone Scheiß laufende Gespenster Ist da oben auch was? Nö Okay, soll ich vielleicht mal ein bisschen mehr Schwung holen Wow Dass ich dieses Ding nicht abstellen kann Besser Okay, Sterne Ne, noch ein Leben Ja, aber wir werden dem ja zugeschmissen Wir können ja hier Game Over gehen Ich hab mich als Game Over-geer geoutet Nix, nix, nix Warum ist nur eine Sackkasse? Ich kriege das hier gar nichts I need the key to get forward I need the key to get pervert Sehr schön Nix Hmm, ist das hier unten? Hmm No key There's a key around here somewhere No, I see no key Woo I believe it is around here No, I want to get down there Yeah, because there's a key I'm sure of it Ah I need the way to send boom boom Hmm I need to go all the way up Woop Oh, Schädel broke I get a headache Woohoo Na, toll Noch eine Runde Woohoo Actually, ich hab nicht gesagt, ich hab nicht gesagt, dass ich nicht selbst hätte, oder? Genau, jetzt gehen wir hier hoch Aha Manchmal ist der richtige Weg echt direkt von der Nase des Spielers Oh, das ist der richtige Weg Oh, wait Okay, da ist nichts There is nothing Oh no, ist aber jeder wacke wild Ja Davon krieg ich bei den Kopf Schoss Was, aber jetzt bitte nicht auf dem Ding liegen Oh, ein kleines Kunt Tod Was ist denn das hier überhaupt für ein Mittelstrich? Ah, okay I got it Und Weg hier Blödske Wackel Ich hab Baby Ich hab Baby Marius Winde gewaschen Das stinkt ja nicht mehr so Ja, du bist unser König Ah, ich muss Schnitt machen Oh, scheiße Nicht alle Blumen Damit kannst du mich nicht aufhalten, du Fisch Du, 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 oh Immerhin, nein, vor das Game 30 30 Sehr okay Na gut, immerhin über 75 Ich hasse Höhlen-Level Was haben wir diesmal? Einnachbogen bedient, okay Ich drücke zweimal und bekomme mal gar nichts Hörst du das schon? Ach, nur ein Versuch, ne, okay So, was haben wir das vollste Level? Oh, Lakitu schon wieder Gut, machen wir hier einen Schnitt Ich danke, bis zu sehen So, dann sage ich bis zum nächsten Mal Bye-bye